und damit ein herzliches willkommen zu einem weiteren video auf diesem kanal so in diesem video wird es kein tutorial geben oder sonst was werdet ihr im titel ja schon gesehen haben und zwar ist das jetzt das video für die verlosung weil ich habe ja im dezember gesagt wenn ihr im dezember noch schafft die 125 abonnenten voll zu machen wird es im januar wieder eine verlosung geben gut mein versprechen möchte ich dann natürlich auch einhalten und ich dachte mir gut 125 abonnenten ist jetzt auch schon ja kann man schon stolz auf sein sage ich mal so oder dachte ich mir komm mache ich eine verlosung wo zwei leute gewinnen können und zwar wird es eine verlosung sein wo man entweder ls 19 also das spiel ls 19 gewinnen kann oder das dlc für den ls 19 das ist ja das class dlc gut kommen wir erstmal dazu wie kann man überhaupt mitmachen natürlich muss man diesen kanal hier abonniert haben dann müsst ihr das video kommentieren zum beispiel jetzt mit ja geiles video dies das ananas ganz wichtig dabei ist dass ihr dann entweder wenn ihr das spiel ls 19 gewinnen möchtet hashtag ls 19 in die kommentare schreibt oder wenn ihr sagt gut das spiel ls 19 habe ich jetzt schon aber das class dlc habe ich noch nicht dann schreibt er einfach hashtag dlc das ist ganz wichtig kommentare die kein hashtag ls 19 oder hashtag dlc haben fallen leider raus weil das wird ja per zufallsprinzip gemacht und das programm weiß dann ja nicht okay was möchte die jetzt überhaupt gewinnen dann der dritte punkt ist pro person nur ein kommentar weil bei der letzten verlosung ist mir aufgefallen haben ein paar leute drei vier fünf sechs sieben mal kommentiert und das zählt natürlich nicht genauso wenig zählt wenn ihr das video kommentiert mit hashtag ls 19 komma hashtag dlc zählt auch nicht ihr müsst euch entscheiden ähm was ihr gewinnen möchtet entweder das spiel oder das dlc beides klappt leider nicht ja die verlosung steht hier unten ja endet am 31 ersten um 20 uhr dann wird wieder ein live stream gemacht wie bei der letzten verlosung und in dem live stream wird dann oder werden dann die zwei gewinner dieses mal ermittelt die zwei gewinner müssen mich dann auf instagram wieder anschreiben mir beweisen dass ihr auch die richtige person seid dass euch halt der kanal gehört und dann bekommt den code entweder für das spiel oder für das dlc was du dann bei steam einlösen könnt ja jetzt muss kurz überlegen habe ich alles gesagt ja ich glaube ich habe wirklich alles gesagt was wichtig ist und auf jeden fall nochmal ein riesen dankeschön für jetzt mittlerweile schon 134 abonnenten also hätte ich echt nicht gedacht dass das jetzt momentan geht es relativ schnell mit den abonnenten nach oben für so einen kleinen kanal zumindest und ja schreibt auch gerne zusätzlich noch in die kommentare was ihr noch so sehen möchte auf diesen kanal egal ob es ein tutorial ist oder eine mod vorstellung oder sonst irgendwas beschreibt gerne eure ideen mal in die kommentare und dann verabschiede ich mich auf jeden fall schon mal bis zum nächsten video und euch allen wünsche ich viel glück ciao